Hast du überall neue Allzeithochs, S&P 500, selbst der DAX hat es heute geschafft. Und warum steigen die Märkte? Naja, weil die Leute kaufen. Und warum kaufen die Leute? Naja, weil die Aktienmärkte steigen. Nichts ist bullischer als Anstiege von Kursen, so sagt man. Jetzt allerdings sehen wir, dass so ziemlich alle Parameter in absoluten Extrembereichen sind. Wir sehen den Fear & Greed Index jetzt auf dem höchsten Gierstand seit Anfang März diesen Jahres. Wir sehen Put-Call-Ratio, also das Absicherungsbedürfnis. Niedrigster Stand seit Juli 2023. Und die Junk-Bond-Renditen, also die Renditen für hoch riskante Unternehmensanleihen, so niedrig wie seit Juni 2007. Nicht mehr all das bei Bewertungen, gerade der Aktienmärkte, die sehr, sehr hoch sind. Heißt das, die Kurse müssen jetzt fallen? Nein, das heißt es nicht. Können die Kurse weiter steigen? Na klar, können sie weiter steigen. Aber das Risiko, dass irgendwann das Seil zu stark gespannt ist, das nimmt automatisch zu. Und wenn ich davon spreche, dann spreche ich nicht, wie viele immer meinen, von einem Crash, sondern von einer Korrektur. Vielleicht von einer heftigen Korrektur. Aber jedenfalls ist da eine Complacency, eine Vertrauensseligkeit im Markt, die mich persönlich ein bisschen misstrauisch stimmt. Immer dann, wenn die Leute keine Risiken sehen, sind die Risiken besonders groß. Und wenn alle Risiken sehen, dann sind die Risiken faktisch wahrscheinlich besonders gering. Wir schauen uns die ganze Geschichte mal an, startend eben mit dem 4-End-Grid-Index 78. Wir haben es jetzt in den Extrem-Gear-Bereich geschafft. Das ist der höchste Wert, wie gesagt, seit März, Anfang März 2024. Dann sehen wir den S&P 500 das erste Mal, auch seit ziemlich langer Zeit, über dem Bollinger-Band auf Tagesbasis. Das Bollinger-Band ist sozusagen so eine Art, naja, wie soll man sagen, gleitendes Durchschnittsniveau, das Standardabweichungen bemisst. Und hier sind wir sozusagen über einer schon extremen Standardabweichung, wenn wir nämlich das obere Band des Bollinger-Bandes erreichen, kann nur besser werden. Wir sehen hier Divergenzen beim RSI und beim MACD. Gleichzeitig, wie schon angedeutet, Put-Call-Ratio, Equity-Put-Call-Ratio so niedrig wie seit Juli 2023, nicht mehr mit 0,44. Das heißt, es gibt mir als doppelt so viele Calls als Putz im Markt, weil niemand denkt, er müsste sich absichern, weil es kann ja nur weiter nach oben gehen. Und solange die Kurse steigen, geht es natürlich weiter nach oben. Das gilt auch für die Junk-Bonds. Hier sehen wir niedrigsten Spreads, also niedrigsten Risikoprämien für diese Junk-Bonds, für diese hochriskanten US-Staatsanleihen, nicht Staatsanleihen, Unternehmensanleihen seit Juni 2007. Und das, wo wir so viele Bankrotte haben, wie seit 2012 nicht mehr in den USA, muss man mir auch ein bisschen erklären. Aber gut, das gehört halt auch mal dazu. No risk, no fun. Und all das bei einem WIX, bei einer Volatilität, die ja auch noch ziemlich hoch ist. Wir sehen den WIX noch über 20, jetzt nicht mehr allzu viel nach dem heutigen Anstieg der Aktienmärkte und dem Rückgang auch des WIX. Aber er ist über weiter gleitenden Durchschnitten, hat eigentlich ein Kaufsignal generiert. Und das ist ja auch überaus typisch für diese Saisonalität, nämlich relativ kurz vor den Wahlen. Wir haben jetzt gesehen, dass der WIX 66% gestiegen ist seit Anfang Juli. Aber der S&P 500 dennoch auf neuen Allzeithoch ist und normalerweise sehen wir bis in den November hinein steigende Volatilität. Wir sind jetzt höher als im Durchschnitt, selbst in US-Wahljahren. Also irgendwas ist da vielleicht doch als Absicherungsbedürfnis noch vorhanden, dass manche sagen, gut, dann kaufen wir mal WIX-Calls. Also sagen, sichern uns ab mit steigenden oder mit Wetten auf steigenden WIX, also auf steigende Volatilität. Und was die Märkte heute wieder einmal nach oben treibt, ist Nvidia und Semiconductors. Also es ist wieder dieser klassische, wir kaufen die KI-Euphorie-Markt. Das andere ist weitgehend flat, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert, wie Sven Hendrik eben auch hier sagt. Warum gehen die Märkte nach oben? Weil sie nach oben gekauft werden. Warum werden sie nach oben gekauft? Weil sie nach oben gehen. Das ist diese Endlosschleife, bis irgendwie plötzlich mal was passiert und dann funktioniert diese Logik nicht mehr. Es geht also so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Der Nasdaq 100 hat heute sein Gap gefüllt, das schon einige Zeit hier auf Füllung gewartet hat. Das ist dieses Gap aus dem Juli diesen Jahres. Mal sehen, ob es jetzt hier weitergeht für den Tech-Index, der wie gesagt heute der stärkste ist. In der Summe aber eben immer noch kein Allzeithoch erreicht hat, anders als S&P 500 und Dow Jones. Also eine relative Schwäche. Heute zeigt heute eine relative Stärke. NVIDIA sei Dank. Dennoch sehen wir eben oder gerade deswegen, dass wir heute Tech-Stärke sehen, vor allem NVIDIA-Stärke, ist das eigentlich nicht das Muster der letzten Wochen und Monate. Denn wir sehen, zwei Drittel aller Aktien haben im dritten Quartal den S&P 500 outperformed. Das ist eben besser gelaufen als der Index selbst. Das ist der höchste Stand seit der 2002. Und Bank of America sagt, ja, wir denken, dass diese Rotation schlichtweg weitergeht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass eigentlich immer spätestens am 12. Oktober eine Korrektur einsetzt, der an den Märkten zwischen 2,2 und 22 Prozent seit dem Jahr 2000. Jedes Mal ist das passiert. Diesmal natürlich nicht. Denn wir werden weiter steigende Kurse sehen. So hier die andere Börsengeschichte, wenn man so will. Denn jetzt beginnt ja so langsam eigentlich die gute Zeit an den Märkten, die saisonal gute Zeit. In zwei Wochen wird das der Fall sein. Im Beginn der sechs besten Monate, nämlich von November bis April. In 78 Prozent der Fälle positiv mit einem durchschnittlichen Anstieg von 7 Prozent. Hier sehen wir das nochmal aufgelistet. Also es wird noch bullischer, meine Damen und Herren. Es geht noch weiter nach oben und irgendwann ist kein Käufer mehr da. Wir haben jetzt eine Price-Sales-Ratio von über drei. Wir hatten nur 2020, als die Fett die Zinsen auf null senkte Quantitative Easing betrieb. Und die Leute alles kauften, was nicht auf den Baum kam, weil die Wirtschaft geschlossen war und man ohnehin nichts anderes zu tun hatte. Wir sind jetzt in einer der höchsten Perzentilen, was die Bewertung betrifft. Aber es soll immer noch weiter nach oben gehen. Ja, kann sein. Aber es wird halt immer teurer. Die Fallhöhe wird immer größer. Unterstützung bekommen wir jetzt allerdings so ein bisschen durch die Buybacks. Die werden ab November wieder einsetzen. Etwa 22 Prozent aller Buybacks, die kommen werden. Und wir haben jetzt so viel wie noch nie in diesem Jahr, werden dann eben im November und Dezember kommen. Jetzt sind wir ja eigentlich in der Blackout-Period, also dass die allermeisten Unternehmen keine Aktien mehr zurückkaufen können. Dennoch geht es nach oben und es geht auch nach oben, obwohl der Dollar immer weiter steigt, obwohl auch die Renditen latent weiter steigen, wie Sven Hendrik bemerkt. Das ist ein Breakdown von Asset-Korrelationen, die normalerweise der Fall ist. Das sehen wir hier zum Beispiel. Der Dollar-Index geht weiter nach oben. Wir sind jetzt fast bei 103. Wir waren bei der 10-jährigen Anleiherendite, die heute nur als Future gehandelt wird. In den USA ja so ein halber Feiertag. Columbus Day, die war schon bei 4,13 Prozent. Also normal ist das nicht so richtig gut, wenn der Dollar steigt. Vor allem nicht, wenn ihre Nitten steigen, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, weil dann Geld teurer wird. Wenn Geld teurer wird, wird Liquidität teurer. Dementsprechend ist das eigentlich nicht so wahnsinnig toll. Und die Kurse steigen, obwohl die Erwartungen für die Berichtssaison immer weiter nach unten genommen wird. Wir sind jetzt mal eben um 5 Prozent hier nach unten gerauscht. Und wir sehen dann heute Headlines. S&P 500 erreicht einen Rekordhoch wegen Earnings-Optimism. Also man ist optimistisch, die stark gesenkten Erwartungen schlagen zu können. Auch das ist so ein Treppenwitz der Wallstreet. Und gleichzeitig haben wir im September gesehen, dass die negativen Revisionen für die Earnings, also für die Gewinne der Unternehmen, so stark zugenommen haben, wie seit langer Zeit nicht mehr. Seit Dezember 2022 nicht mehr. Wie passt das zusammen? Das werden wir sehen. Ob es zusammenpasst? Wir werden auf jeden Fall sehen, dass die Konjunkturdaten wahrscheinlich in nächster Zeit schlechter werden. Als Folge der Auswirkungen von Helene, diesem Hurricane und eben Milton, diesen Hurricane, der jetzt kürzlich passiert ist in Florida. Also das wird wahrscheinlich zu einem Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe führen. Werden die Arbeitsmarktdaten schwächer? Werden viele Parameter davon wahrscheinlich betroffen sein? Und wenn man die Konsumenten fragt, naja, wie siehst du denn deine langfristige Zukunft? Dann sehen wir, dass die so pessimistisch sind, wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Aber es gibt ja die Aktienmärkte und die Demokraten, die US-Demokraten brauchen unbedingt bis zur Wahl irgendwie diese Rallye. Denn sonst wird es praktisch unmöglich, diese Wahl zu gewinnen. Weil immer mehr Leute sagen, ich bin finanziell schlechter dran als noch vor einem Jahr. Aber die Aktienmärkte, das werden wir im zweiten Teil dieses Videos sehen, die sind so wichtig für die Leute, weil sie da diese Konsumfreude aufrechterhalten können, wenn die Kurse weiter steigen. Denn die Amerikaner sind anders als die Deutschen sehr, sehr stark in Aktien investiert. Hier abschließend zum ersten Teil nochmal ein Hinweis auf einen Artikel. Russland will die BRIC-Staaten vom Dollar lösen. Das ist sozusagen die große Herausforderung. Können die Russen das schaffen oder ist das eine Totgeburt? Wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass das gelingt, lesen Sie in diesem Artikel. Und ich empfehle natürlich den zweiten Teil dieses Videos. Denn da wollen wir uns mal diese Amerikaner anschauen, warum das so wichtig ist, dass die Aktienmärkte oben bleiben. Warum das so zentral für die Demokraten ist, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Dann gucken wir nach China und nach Germania. Also seien Sie dabei. Ich packe beide Links wieder unter das Video. Bis gleich. Servus.